Mit dem Gedanken, dem Willen nach Veränderung, schlief ich ein. Wer bin ich? Was war das für ein seltsames Gefühl? Etwas stimmte nicht in mir. Ich fühlte mich so anders. Und dann war da... Ach, Schmerz! Ich riss die Augen auf und schrie. Meine Hand hielt meine Seite. Sie waren blutgedrängt. Jemand stand im Schatten und musterte mich. Ich versuchte auf die Beine zu kommen, doch ich rutschte auf der Blutlache unter mir aus. Oh mein Gott! Deine Zeit ist abgelaufen, Hatsumomo. Ich war bereits so gut wie tot. Ich werde nicht die Letzte sein. Ich versuchte erneut auf die Beine zu kommen und dieses Mal gelang es mir. Ich musste der Haus die Wunde versorgen. Vielleicht war noch nicht alles zu spät. Zur Not konnte ich immer noch Hilfe rufen. Aber dies war die letzte Wahl. Ich lächelte bitter. Hilfe von denen! Wie weit bist du gesunken, Hatsumomo! Ich einstuch nach dem anderen. Langsam kam ich in Bewegung, stürfte auf der Gasse hinaus in die Innenstadt Kyoto's. Eine Menge Menschen waren auch auf der Straße, doch niemand nahm Notiz von mir. Ist das alles, was ich noch kann? Ich schleppte mich weiter. Keiner der Wesen um mich herum konnte mir helfen. Sie alle waren nur Marionetten, die an den Fäden ihres Meisters hingen. Bauern, im Spiel des Schicksals unfähig zu entscheiden. Keiner Ewigkeit erreichte ich endlich das Haus. Mein kleines Mädchen stand davor. Irgendwie kam es mir bekannt vor. Sie sagte nicht, schaute mich nur mit großen Augen an. Shit! Sieht sie mich etwa? War ich bereits so weit? Ich ließ das Mädchen stehen und alle die Treppe zu meiner Wohnung hinauf. Die Schmerzen waren unerträglich. Kein Wunder. Das Schwein hatte mir den halben Magen zerfetzt und den Arm abgerissen. Selbst ein Teil des Oberkörpers war zertrümmert. Durch das Fleisch sah man die Lungen. Ich schloss meine Wohnungstür auf. Der Schlüssel war blutig rot, genauso wie meine Hand. Ich bedrat die Küche. Für einen kurzen Moment spiegelte sich mein Ebenbild in den blanken Fliesen. Dieses Schwein hatte mich fast in zwei gerissen. Sogar ein Teil meines Schädels war klar. Das war sichtbar. Das wird keine leichte Arbeit. Ich fiel auf dem Boden, zu schwachem zu stehen. Jeder normale Mensch wäre schon lange tot gewesen. Doch ich wollte nicht sterben. Ja, ich hätte sterben müssen. Damals auf den Feldern vor der Kaiserstadt. Doch ich wählte das Leben und ich wählte auch heute das Leben. Kenji, du, na. Es gibt nichts auf der Welt, was mich töten können. Etwas scharfes und spitzes raktet aus meiner Brust. Der Schmerz verging augenblicklich. Meine Sicht verschwamm. Ich hätte nicht aufgepasst. Hatte es übersehen. Kenji war nicht gegangen, um mich dem Tod zu überlassen. Er hatte zu lange auf diesen Moment warten müssen. Er wollte mich nur leidend sehen. Überrascht, deine eigene Klinge zu spüren. Ein leises Lachen. Die Stimme hatte keinen Klang. Ich bekam Angst. So große Angst. Es war die Klinge. Es war die Klinge. Es war die Klinge. Nur dieser Gedanke schoss in meinem Kopf herum. Ich wollte nicht sterben. Ich wollte nicht vom Rad der Wiedergeburt getrennt werden. Ich wollte nicht verschwinden. Helft mir. Bitte. Oh mein Gott, das ist englisch. Scharreferenz. Deswegen. Einem Fehler. Okay, das war jetzt ein kurzer Abschnitt. Ich mach noch den nächsten. Freitag. Der dritte Tag. Ja, das ist das letzte. Das sind noch drei Abschnitte, wenn ich das richtig sehe. Ah! Mit einem Schrei fuhr ich aus dem Bett auf. Das zweite Mal in dieser Woche. Warum schreist du denn so, großer Bruder? Ich habe schlecht geträumt. Ich war in Schweiß gebadet beim Putzkorb hoch und senkte es sich spürbar, als das herzverzweifelt versuchte, Sauerstoff in die Lungen zu pumpen. Mama hat immer gesagt, dass böse Träume verboten für schlimme Tage sind. Ah ja, was du nicht sagst. Moment mal. Auf meinem Bett saß ein kleines Mädchen mit langen himmelblauen Haaren und einem schwarzen Kleid. Ah! Das Mädchen tippelte über die Bettdecke, als wäre sie leicht wie eine Feder. Ihr Gesicht kam näher. Schlimmer Traum. Was machst du hier? Eich sprang vom Bett herunter und lief fröhlich durch das Zimmer immer wieder stehend bleiben und etwas anderes in Augenschein nehmen. Da blühen echt schöne große Blumen vor dem Haus. Das erklärte noch immer nicht, wie sie hier reinkam. Schau! Sie zeigte auf die Kommode, auf der einige Gänseblübchen lagen. Habe ich für dich gepflückt. Danke dir, Ei. Aber du weißt schon, dass es nicht gut ist, einfach so in Häuser von fremden Leuten zu gehen? Hihi, ich habe mir extra viel Mühe gegeben. Die allerschönsten für dich rausgesucht, Bruder. Hör mal, ich bin nicht dein Bruder. Also bitte nenn mich nicht so, ja? Eilig zu dem Kopf schiefen, musterte mich. Nicht mein Bruder? Dann schüttelte sie hin und lachte. Das war lustig, Bruder. Ich habe wirklich gedacht, dass ich dich verwechselt habe. Oh Mann, dieses Kind. Woher kam sie eigentlich? Sie musste in der Nachbarschaft wohnen, wenn sie so früh morgens schon hier sein konnte. So früh morgens? Die Sonne stand bereits hoch am Himmel und nach meinem Wecker war es lange nach Mittag. Ah! Was hast du denn, Bruder? Der Unterricht hat schon lange begonnen. Ich bin viel zu spät. Ich sprang aus dem Bett und scheuchte mit sich die sich wehrende Eier aus dem Zimmer, bevor ich in meine Schlachen schüpfte. Als ich die Tür wieder aufmachte, stand noch immer das Mädchen vor der Tür. Das machte ich nur mit ihr. Wo wohnst du denn? Hier. Sie zeigte mit dem Finger in eine Richtung. Und dort? Anschließend mit dem gleichen Finger in die gegensätzliche Richtung. Mein Schwarz war auch da. Oder dort hinten? Sie hatte einmal in alle vier Himmelsrichtungen gezeigt. Hör mal, ich muss zur Schule. Du kannst nicht hierbleiben. Ich bring dich von mir aus nach Hause. Ich komm eh zu spät zum Unterricht. Also, wo wohnst du im Moment? Hier. Sie deutete unter sich. Unter ihr? Dort befand sich das untere Stockwerk. Das bat, um genau zu sein. Ich schüttelte den Kopf und beschloss den Gedanken beiseite. Was dachtest du, der Tumoya? Sie will einfach hierbleiben. Vermutlich macht es ihr Spaß, bald hier zu sein. Du kannst nicht hierbleiben, okay? Also komm bitte mit. Ich lief die Treppen herunter. Ei folgte mir zögernd. Wann war ich eigentlich... Wann war ich eigentlich nicht Kindergärter geworden? Irgendwas stimmt hier nicht. Wann war ich eigentlich nicht Kindergärter geworden? Wann war ich eigentlich, das nicht ist falsch, Kindergärter geworden? Okay, jetzt hab ich's. Dabei wollte ich nach der zweiten Wohnung von Hatsumomo suchen, eine Anzeige für die Suche nach Untermietern aufgeben und mit Mio über diese Träume nochmal reden. Na gut, das Mädchen konnte dafür jetzt wirklich nichts. Als ich an der Tür ankam, klingelte es. Ich öffnete die Tür und sah Mio vor mir stehen. Ich hab mir Sorgen gemacht, Tumoya. Wegen, wenn sie um diese Uhrzeit hier waren, bedeutete das, dass sie den Nachmittagsunterricht schwänzte. Tut mir leid, ein Traum und ein kleines Mädchen haben erfolgreich verhindert, rechtzeitig zur Schule zu kommen. Ich hab doch... Ich hab doch gar nichts gemacht. Ei sprang hinter mir hervor und lief lachend ein paar Mal um Mio. Das Mädchen verhielt sich wirklich nicht ihrem Alter entsprechend. Für einen Moment war Mio sichtlich überrascht. Dann ging sie in die Hocke und lächelte Ei an. Nanu, wer bist du denn, meine Kleine? Ei? Die Szene war zu goldig. Nachdem Ei gerade noch lachend um Mio herumsprang, spielte sie jetzt das schichtende Mädchen und versteckte sich hinter mir. Frag mich nicht, sie tauchte hier einfach auf. Ei hat viel Spaß mit ihrem Bruder. Ei schien langsam die Lust daran zu verlieren, mir auf den Geist zu gehen, ohne sich zu verabschieden, rannte sie davon und verschwand durch das große Tor. Auf Wiedersehen, Bruder! Sie winkte noch einmal kurz, bevor sie aus meinem Blickfeld verschwand. Bruder? Mio musterte mich von oben bis unten. Seit wann hast du eine Schwester? Hör nicht auf sie, ich hab keine Ahnung, warum sie mich so nennt. Achso, ich find, sie sind ja ein wenig dänlich. Das kleine Mädchen? Das konnte ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich hab meinen Vater gestern gefragt gehabt und er schwor mir, dass er seit dem Tod meiner Mutter keine andere Frau berührt hätte. Sie kann also unmöglich mit mir verwandt sein. Naja, sie könnte schon mit mir verwandt sein, aber sie ist niemals meine Schwester. Hat sie dir denn nicht gesagt, woher sie kommt? Ich schüttelte den Kopf. Gestern verschwand sie spurlos und heute Morgen hat sie seltsam auf meine Frage reagiert. Gestern? Seltsam? Lange Geschichte. Es scheint seit einigen Tagen das Unglaubliche und Seltsame regelrecht anzuziehen, Tomoya. Ich frage mich nur, warum... War irgendwas geschehen, bevor dies alles begonnen hatte? Träume? Zumomo? Ei? Mal zurückbänden und genau überlegen. Im Prinzip sind die Splits ja egal, ich werde es bei YouTube eh nochmal splitten müssen. Zehn Minuten Parts. Die Wochen zuvor waren alle... Die Wochen zuvor waren alle ruhig gewesen. Es gab keine seltsamen Begebenheiten und ich konnte mich auch an sonst nichts aus Rücheliches ändern, oder? So sehe ich auch darüber nachdachte. Ich mache einfach nichts außergewöhnlich aus den letzten Wochen einfallen. Das Einzige, was ich von den Wochen vorhatte, zumindest verschwinden und vermutlich den Tod noch wusste, hatte mit der Sache wohl nichts zu tun. Ich war kurz zuvor 18 Jahre alt geworden. Aber selbst dies war ein Tag wie jeder andere gewesen. Tomoya! Eine Stimme. Tomoya! Eine Stimme in der Nacht. Jetzt fiel es mir wieder ein. Ich hatte geträumt in jener Nacht. Einen seltsamen Traum. Eine Stimme, die nach mir rief. Eine Hand, die nach mir griff. Dann Flammen. Das Anwesen fing Feuer, brannte Lichterloh in der Nacht. Rauch nahm einem fast die Sicht. Menschen, die Lichterloh in Flammen standen. Mew. Bist du okay, Tomoya? Du bist ganz bleich im Gesicht. Ich schüttelte den Kopf, um den Gedanken hinfort zu wischen. Mir ist etwas eingefallen. Ein verstörender Traum von früher, mehr nicht. Nur ein Traum? Nichts Besonderes. Nur ein Traum. Weißt du, wir wissen eigentlich gar nichts. Ich habe zwar Frau Hatzumumos... Oh, Entschuldigung. Weißt du, wir wissen eigentlich gar nichts. Ich habe zwar Frau Hatzumumos sterben gesehen, aber das war auch nur ein Traum. Wir haben keinerlei Beweise dafür, dass mit ihr wirklich etwas geschah. Aber du hast es doch gespürt, oder? Als wir zur Wohnung von Frau Hatzumumos kamen. Gespürt? Was hat das schon zu bedeuten? Vielleicht steigern wir uns da in etwas hinein. Es könnte genauso gut alles unsere Einbildung gewesen sein. Du willst einfach aufgeben? Überlassen wir die Sache der Polizei. Wir haben in dem Fall nichts verloren. Aber, aber... Interessiert es dich denn nicht, ob deine Träume wahr sind? Ob Frau Hatzumumos ist? Mio macht auf den Absatz Kerto Rande davon. Ich glaube, ich habe für einen Moment Tränen in ihren Augen gesehen. Entschuldige, Mio. Natürlich brannte die ganze Sache in mir. Natürlich wollte ich die Wahrheit wissen. Doch ich konnte es nicht verantworten. Wollte es nicht verantworten. Denn... Eine der Personen in dem Flammen war... Mio. Ich drehte mich um und trat wieder das Anwesen. Jetzt, wo ich ganz alleine war, kam mir die Stille irgendwie unnatürlich vor. Das ist das Richtige getan, Tomo, ja. Ich wollte Mio beschützen. Das bedeutete, dass ich herausfinden musste, ob meine Träume wirklich wahr waren. Sei ich wirklich Hatzumumos tot? Wurde das Anwesen mit Mio und anderen unklaren Leuten darin abrennen? Oder war dies alles mehr ein Sinnbild für etwas? Und vor allem, wer rief mich in dem Traum? Ich sollte ein paar Recherchen machen. Nur, wo fand ich wohl am ehesten Informationen? Ja, das ist eine gute Frage. Aber was nehme ich denn? Das ist jetzt das letzte Event, meines Wissens nach. Das dürfte relativ ähnlich zu dem von Alternate sein, deswegen nehme ich mal das. Es war unwahrscheinlich unter den Büchern, die in Vaters Anwesen lagen, ein Buch über Traumdeutung zu finden. Die Schulbibliothek hatte aber sicher ein paar Exemplare. Genau das eine war, glaube ich, die Familie in San Juan die Träume. Natürlich konnte ich so spät schlecht in die Schule gehen. Ich hatte immerhin noch schon den halben Tag verschlafen. Darum schlug ich noch ein wenig Zeit vor dem Fernsehertod, bevor ich mich auf den Weg machte. Die Wochen zuvor war alle... Oh, das war das letzte Event. Alles klar, das war das letzte Event. Anscheinend. Entweder das oder... Die Auswahl habe ich nicht geschrieben. Upsala. Habe ich nicht geschrieben. Jetzt habe ich auch noch überspeichert. Kann ich nicht mal nachgucken. Naja, was soll's. Ähm, ja. Gut, okay. Das war... Die Beta, wie ich sie Magic Maker zum Lesen bekommen hat, als ich beschloss, dass Switch Alternate unter dem Namen Alternate der Fall Okazaki komplett neu aufgekrempelt wurde. Ihr seht ja sicherlich einige Parallelen der Kampf von Kenji gegen Hatsumomo. Ähm, Was mir persönlich jetzt vor allem aufgefallen ist, ist, dass... Das war, glaube ich, war auch einer der Gründe, warum ich ihn so nicht weitergeschrieben habe. Äh, Es ist zu sehr Tsukihime ähnlich an manchen Stellen. Gerade, weil die Personen an ähnlichen Orten leben. Das hat mir gar nicht gefallen. Was mir gut gefallen hat, ist, dass Mio größere Rolle hatte. Aber, äh, Damals habe ich es auch eingestellt, weil mir... Tomoya in meinen Augen eigentlich hätte verrückt werden müssen, bei den ganzen Scheiß, den er erlebt hat. Aber wenn ich so recht überlege, war da Alternate der Fall Okazaki etwas krasser. Aber nun, wie dem auch sei, Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Viel Spaß daran. Und ich hoffe, dass ich das noch rechtzeitig hochladen kann für den nächsten Tag. Wenn nicht, gibt es halt morgen. Macht ja auch nichts. Ich wünsche euch dann mal schon mal einen schönen guten Tag. Noch. Nein, da ist ein schönen Tag. Und vielleicht spricht man sich ja irgendwann mal wieder. Also dann, Tschaui.